So, und heute waren wir auf dem Spielplatz, nur noch mal zum Abend. Und ich habe mit kleinen Pakistani-Rinnen, habe ich Federball gespielt. Und sie meint, ja, das ist wie mit ihrer Schwester und so, weil ich hatte Federball bei. Wir haben uns super unterhalten. Ich habe auch viel von ihr erfahren. Sie hat mir auch viel von ihrem Schicksal hier erzählt. Es war ganz interessant. Man muss zwar mit Hände und Füßen, aber man kann sich schon irgendwie verständigen. Das geht schon. Ja, es war okay, sag ich mal so. Es waren zwar auch wieder Mädchen auf dem Spielplatz, die wieder ihr Laptop dabei hatten oder ihr Tablett, was ich nicht verstehe, dass Eltern dazu nichts sagen, weil das ist ja wirklich teuer, so ein Tablett. Aber gut, geht mich ja auch nichts weiter an. Aber ein Spielplatz ist ja eigentlich ein Spielplatz. Und ich hatte das eine Mädchen dann gefragt, was da war, ob sie mit meinem Kind da Federball spielen möchte. Und meinte, nee. Gut, habe ich gesagt, dann lassen wir das halt. Und dann hat sie sich halt mit anderen Sachen beschäftigt. Ja, so ist das halt.